Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier und zwar starten wir dieses mal mit Flask. Flask ist eine tolle Bibliothek für Python, das bedeutet in dieser Serie werdet ihr allerdings auch Python schon können müssen. Das ist hier einfach Voraussetzung, ich kann jetzt nicht nochmal komplett Python erklären, sondern ich werde den Teil erklären, den ihr noch nicht kennt und das sollte Flask sein natürlich. Okay, das heißt wer jetzt noch nicht Python kann, der schaut sich am besten meine Videos zu Python an. Wer Python schon kann, der kann hier super weitermachen. So, jetzt zunächst einmal, was ist Flask eigentlich und warum werden wir Flask und nicht zum Beispiel solche Sachen wie Django oder sowas, die durchaus auch valide sind. Ja, Flask ist erstmal ein Web-Framework für Python, was bedeutet das? Ein Web-Framework ist eine Bibliothek, sozusagen wie jetzt, keine Ahnung, PyQT oder TK-Inter. Das sind alles tolle Bibliotheken und die wollen, das ist jetzt zum Beispiel auch eine Frontend-Bibliothek, das heißt, ihr liefert euch dazu sozusagen das Interface, mit dem man schön mit eurer Anwendung interagieren kann. Das heißt, ihr habt zum Beispiel irgendwie eine coole Kommandozeilen-Anwendung geschrieben und ihr wollt sie jetzt an die Leute bringen. Viele scheuen davor zurück, jetzt irgendwie Python zu installieren, geschweige denn jetzt irgendwelche Dependencies zu installieren und Bibliotheken nachzureichen und das ganze Zeug. Und viele scheuen sich auch einfach nur davor, überhaupt eine Kommandozeilen-Anwendung auch auszuführen. Und deswegen gibt es solche Frameworks, die im Endeffekt eine Python-Anwendung für eine Website zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr schreibt sozusagen jetzt die Website zu eurer Python-Anwendung oder auch einfach nur eine Schnittstelle für eure Website. Das kann beides möglich sein. Das heißt, ihr könnt wirklich komplette Webseiten schreiben, ihr könnt aber auch einfach ein Backend schreiben und das dann für eure Website sozusagen als Schnittstelle zur Verfügung stellen. Zum Beispiel mit Angular zusammen harmoniert Flask super gut. Und ja, das wollen wir natürlich alles in der Serie noch uns genauer angucken. Jetzt aber zuerst mal die Frage, warum sollten wir Flask nehmen und warum sollten wir nicht vielleicht doch lieber sowas wie Django oder sowas nehmen? Dazu habe ich einfach mal die beiden verglichen hier. Es sind beides Frameworks für Python, beides Web-Frameworks für Python und beides sind auch wirklich gut. Es gibt allerdings einen großen, wirklich gigantischen Unterschied. Flask ist sehr, sehr minimalistisch und Django hat quasi alles dabei. Das heißt, Flask zu lernen ist erstmal deutlich, deutlich leichter, während Django zu lernen sehr, sehr viel mehr Arbeit ist, weil einfach Django so eine unglaublich fette Bibliothek ist. Teilweise wird sie auch schon als überladen bezeichnet, aber ja, das muss natürlich nicht unbedingt zutreffen. Je nachdem, wie viel ihr tatsächlich braucht für eure Website, kann Django durchaus die bessere Alternative sein. Aber Flask kann alles, was Django kann. Django kann auch alles, was Flask kann. Das ist beides sozusagen ein Entweder-Oder. Ich kann mit Flask alles selber machen, aber ich kann auch mit Django alles machen. Das Ding ist, Flask bietet euch nicht so viel fertigen Code. Ihr müsst viel mehr selber schreiben, seid dadurch aber flexibler und es ist alles auch wirklich euer Code. Ihr könnt feingranularer hier arbeiten. Das heißt, ihr könnt sagen, ich will genau das, das und das haben. Aber bei Django ist halt alles schon quasi fertig. Das bedeutet aber für euch auch, ihr müsst alles, was schon fertig ist, auch verstehen, damit ihr es benutzen könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Admin-Panel schreibt, müsst ihr euch wirklich mit diesem kompletten Admin-Panel vertraut machen. Ihr müsst wissen, was genau diese einzelnen Dinger da tun. Ihr müsst wissen, was diese ganzen mitgelieferten Bibliotheken tun. Und das kann schon sehr viel Arbeit sein, wenn man sich das jetzt irgendwie genauer angucken will. Es hat natürlich dann auch viele Third-Party-Pakete. Das bedeutet, vielleicht wollt ihr nicht unbedingt so viel von Drittanbietern haben und wollt da lieber den Überblick behalten. Und deswegen ist Flask vielleicht in dem Fall auch die bessere Wahl. Wenn ihr allerdings jetzt sagen wir mal unglaublich viel Funktionalität braucht und auch wirklich nicht euch scheut, dass ihr euch da einarbeiten müsst und wirklich enorm viel verschiedenen Code auch braucht, dann ist vielleicht Django auch die bessere Alternative. Das heißt, man sagt so ein bisschen für kleine Anwendungen ist Flask besser, für mittelgroße Anwendungen ist wieder Django besser, aber für ganz große Anwendungen ist auch wieder Flask besser, weil man da den Überblick behalten sollte, was man eben selber gemacht hat. Also das ist so die Grundregel. Und ich habe mich jetzt hier einfach mal für Flask entschieden, weil es wirklich sich super gut für Einsteiger auch eignet. Man lernt das ganze Ding super schnell und es ist ja sehr, sehr leicht zu verstehen. Seitenbeispiele ich hier unten einfach nur ganz kurz. In Flask ist zum Beispiel oder hat zumindest mal verwendet, LinkedIn hat Flask verwendet. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch tun und Pinterest genauso. Django wird von Instagram verwendet oder zumindest wurde es mal verwendet und die NASA verwendet auch Django. Also es sind wirklich sehr, sehr viele berühmte Beispiele hier dabei, die einfach auch diese Frameworks verwenden. Das heißt, wir lernen jetzt hier nicht irgendwas, was dann am Ende eh wieder verstaubt, sondern wir können es danach auch wirklich super einsetzen. Okay, ja und das war es eigentlich auch als Einleitung schon wieder. Nächstes Mal wollen wir natürlich mit der Installation anfangen. Wir werden mit einem Linux-PC arbeiten. Das liegt einfach daran, dass natürlich auch dieses Web-Framework normalerweise auf einem Linux-Server läuft. Das heißt, die meisten V-Server sind eigentlich Linux-Geräte und deswegen müsst ihr natürlich auch wissen, wie man es auf Linux installiert. Das Ganze funktioniert aber auch wunderbar für Windows und ja, ihr könnt es natürlich damit auch installieren. Einfach nur PIP installieren und dann seid ihr schon nächstes Mal dabei. Aber das ist jetzt vorgeholt. Nächstes Mal geht es dann natürlich mit der Installation und einem kleinen Hello World weiter. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.